wir haben euch gefragt schickt uns sexy bierbilder von euch für unseren probierer sexy bier foto kalender den wir dann 2029 machen wollen und da hinten ja und es ist etwas eingegangen und das wollen wir euch natürlich nicht freund halten und vielleicht spornt es euch an vielleicht motiviert es euch dass ihr tatsächlich auch ihr anderen uns auch was schickt männchen oder weibchen ist uns völlig egal hauptsache sexy und bier das hätte man vielleicht vorher dazu sagen sondern dass männchen und weibchen warum haben wir doch gesagt männchen haben auch gesagt ja ja ich glaube wir waren sehr weiblich lastig meinst du ja weil das wir halt gern sehen aber wir schauen uns auch eure gestellten männer finger an die eine bierflasche halten so aber hier jetzt erstmal kudos shout out to andrea m du bist bisher die mutigste von allen und du hast uns ein sexy bierfoto geschickt aus der schweiz aus der schweiz und das zeigen sie an sie an euch jetzt ihr seht es ist gar nicht so schwer und deswegen noch mal ein appell an euch schickt uns eure sexy bilder traut euch wir werden sie auch garantiert veröffentlichen pissen pissen